Ernteausfälle hier, Überschwemmungen dort. Vor Wetterextremen sind die Menschen künftig an kaum einem Ort der Welt mehr sicher, warnen die Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. In einem Bericht an die Weltbank geht es vor allem um die Auswirkungen auf die ärmsten Bevölkerungsgruppen. Um den fortschreitenden Klimawandel abzumildern, sollten unter anderem ein umweltfreundlicher öffentlicher Verkehr, saubere Energien sowie energiesparende Fabriken und Gebäude gefördert werden.